Kommt er oder kommt er nicht? Jetzt ist es endlich raus. Ciro Immobile wechselt zu Borussia Dortmund. Dies bestätigte der italienische Nationalspieler nach dem 0 zu 0 gegen Irland am Samstagabend. In der Mixzone stellte sich Immobile den Fragen der Presse. Und dann kam sie, die eine Frage, wie es denn nun mit dem Wechsel zum BVB aussieht. Ciro, stimmt es, was wir in den Zeitungen lesen? Absolut, aber das ist schon länger so. Wir warten nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, um den Vertrag zu unterschreiben und es offiziell zu machen.